Der Gerichtsstreit zwischen Britney Spears und ihrem Vater scheint noch nicht vorbei zu sein. Jamie Spears möchte die Sängerin offenbar vor Gericht erneut befragen. Die Anklage, seine Tochter hätte ihn verleumdet. Dem People-Magazin liegen Dokumente vor, in denen Britney zu einer Aussage aufgefordert wird. Dadurch will der Anwalt ihres Vaters die Behauptungen über ihn widerlegen. Die Sängerin wirft Jamie Spears vor, ihr psychologischen Schaden zugefügt zu haben. Er ruiniert den tiefsten Kern meiner Existenz, schrieb sie im Mai 2022 via Instagram. Ihren Account hat sie mittlerweile deaktiviert. Britneys Anwalt behauptet, dass sie von der Pflicht zur Offenlegung ihrer Behauptungen über Fehlverhalten befreit ist. Zitiert das People-Magazin Jamie Spears Anwalt Alex Weingarten Jamie habe jedoch das Recht, seinen Fall vorzubereiten und Britney zu vernehmen, da sie diejenige ist, die unbegründet Behauptungen gegen ihn aufstellt. Weingarten möchte vor Gericht nun klären, ob Britney in ihren öffentlichen Statements die Wahrheit sagt. Britneys Vertreter sollen laut Weingarten Einwände gegen ihre Zeugenaussage haben, da diese emotional schwierige Themen betreffen könnte. Im November 2021 hatte ein Gericht die Vormundschaft von Britney Spears aufgehoben, die seit 2008 bestand. Wir sind in den letzten Jahren 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 in den letzten